Juhu! So schnell werden sich diese Schafzähne hier nicht mehr blicken lassen. Wie sind diese Biester überhaupt in unser Tal gekommen? Tja, wer weiß. Das ist noch nie zuvor passiert. Wirklich eigenartig. Kinder, wisst ihr, wie die Schafzähne hier reingekommen sind? Nicht so richtig. Oh nein, nein, nein. Littlefoot? Ich, ähm... Zira? Na ja, ähm... Weißt du... Nachdem wir die Eierdiebe ins geheimnisvolle Jenseits verfolgt haben... Ins geheimnisvolle Jenseits? Eierdiebe? Haben die Steine ein Loch in den Wall geschlagen. So sind die Schafzähne also reingekommen. Wir müssen das Loch sofort wieder schließen. Ich möchte euch helfen. Nein, Littlefoot, das ist zu gefährlich. Du wirst zusammen mit den anderen Kindern hierbleiben. Mmh... Schön. Also, wie wollen wir das Loch schließen? Hat jemand eine Idee? Auf jeden Fall muss es sofort passieren. Ich will nicht einfach nur drumrum stehen. Ich werde mitmachen, ob sie es wollen oder nicht. Wo ist Jumpa? Hat ihn jemand gesehen? Jumpa? Wo steckt denn der Schlingel schon wieder? Oh, ich ihn nirgends sehen kann. Ich muss ihn finden. Er ist doch ganz alleine. Aber Littlefoot, dein Großvater hat doch gesagt, wir sollen hierbleiben. Oh, oh, das riecht nach großem Ärger. Jumpa, der fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Nicht beißen, einverstanden? Nicht beißen, einverstanden? Lauf! Schneller, Jumpa! Lauf weg, Jumpa! Rette dich! Na los! Lauf weg, Jumpa! Nee! Nee! Nicht beißen! Und ich bin so glücklich! 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 Nee, nicht beißen! Tja, das sind wohl deine Mama und dein Papa.